Mein Name ist Svenja, ich komme aus Deutschland, bin an der schönen Nordsee geboren und was ich am meisten liebe ist einfach raus in die Natur zu gehen. Ich liebe das Wandern, ich liebe das Klettern, neue Leute, neue Kultur kennenlernen und wenn ich dazu mal keine Zeit habe und natürlich auch arbeiten muss, bin ich Physiotherapeutin aus Überzeugung, aus Leidenschaft. Ich liebe es einfach mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen und vor allem Leuten und Menschen weiter zu gehen. Was es für mich bedeutet, die Welt zu entdecken, ist, dass ich raus muss aus meiner Komfortzone. Denn jedes Mal, wenn man aus seiner Komfortzone rausgeht oder sie verlässt, dann bedeutet das auch gleichzeitig, dass man ein Abenteuer startet. Man kann nicht unbedingt planen, was als Nächstes passiert, aber jedes Mal, wenn man sich einfach darauf einlässt, was die Welt für sich bereithält, bin ich ziemlich sicher, dass man seine Grenzen überwinden kann, Grenzen überschreiten kann und das bedeutet auch immer, dass man seinen Horizont erweitert. Man trifft jedes Mal tolle neue Menschen, tolle neue Leute, kann Erfahrungen machen und das ist das, was es für mich bedeutet, meine Welt oder unsere schöne Welt zu entdecken.